Und zack, da geht es schon rein. Gerade noch gedacht, komm Alter, fangen wir mal an hier mit dem Video. Und da zubbelt es auch schon direkt los. Die Schläfergrundel. Aber wir suchen hier natürlich den Aal. Also, raus hier, Meerroute. Zack, direkt wieder schön hier vorne hin platzieren. Drei Routen sind schon draußen. Drei Routen und ich teste heute ein ganz anderes Vorfachsmaterial. Denn es gibt ja so verschiedenste Vorfachsmaterialien. Und in diesem Fall jetzt, guck mal hier, jetzt geht es auf einmal ab hier. Sehr schön, 23 Uhr. Noch mal eine Grundel. Also, die Grundeln sind hot. Die Grundeln haben Bock. Zack. Das könnte ein Aal sein. Das ist keine Quappe. Das sieht doch schon gut aus. Und da ist er schon drin. 1,8 Kilo. Schöne Aal. Also, mit 1,8 Kilo kann sich das Teil doch schon sehen lassen. Nicht schlecht. Direkt wieder raus. Und doch auf dem größten Haken. Ich habe jetzt unterschiedlich zusammengebaut. Eigentlich wollte ich verschiedenste Sachen testen. Und, ähm, habe erstmal zwei Haken. Also zweimal dieses Setup hier. Vierer Haken. Mit Fischfetzen. Und einmal das, was ich eigentlich fast immer mache. Denn eigentlich suche ich ja, wenn, dann auch die großen Aale. Dementsprechend dann auch einen 1er Haken mit Fischfetzen. Die kleinen Dingers, die kleinen Aale mit, weiß ich nicht, 500 Gramm oder sowas. Naja, will man ja eigentlich gar nicht haben, ne. Deswegen im Idealfall versuche ich die direkt zu verscheuchen. Wenn die ankommen, wenn die überhaupt ankommen. Und dann eben direkt mit einem 1er Haken drauf. Oder, ja, mal mit einem 4er Haken. Heißt aber nicht, dass nicht auch die ganz großen Aale mal vielleicht auf einem 6er Haken oder noch kleiner drauf gehen können. Passiert natürlich auch immer mal wieder. Aber so im Durchschnittsgewicht sind die dann eben dann doch seltener. Also seltener mal einen Aal dran. Aber wenn dann eben auch direkt die größeren. Ja, ich bin sehr gespannt, ob hier was geht. Die Stelle ist ja wohl altbekannt, ne. Eine der wichtigsten Stellen hier direkt an der Festung. Das heißt, wir kommen hier raus, können uns direkt hier hinstellen. Also eine super simple Stelle. Und das Ganze jetzt hier auf 7 Meter gerade geklippt. Ich hatte zuvor den Klipp auf 8 Meter. Habe das jetzt nochmal ein bisschen reduziert. 8 Meter, da landet man noch mehr im Freien. Und bei 7 Meter ist man dann doch eher so ein bisschen mehr hier im Bedeckten, wo das Grünzeug ist. Das sollte doch eigentlich ganz gut passen. Und jetzt habe ich das Vorfach nochmal ein bisschen verändert. Und zwar gibt es ja Vorfachsmaterialien. Wir gucken mal direkt rein hier auf der Taste N. Und dann hier unter Vorfächer haben wir hier jetzt für die Fiederrouten die Vorfächer. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, der Aal ist ja doch relativ scheu. Das heißt, wir brauchen zum einen ein etwas längeres Vorfach. Es geht hier nicht um hohe Frequenz. Wollen wir hohe Frequenz, gehen wir auf relativ kurze Vorfächer. Zack, zack, zack. Ein Fisch nach dem anderen. Geht es um die Scheunfische. Und die vielleicht so in Richtung Trophäe gehen. Dann vielleicht doch mal ein etwas längeres Vorfach. 40 bis, sagen wir mal hier, 60. Ich habe jetzt hier 50 Zentimeter mal genommen. 50 Zentimeter. Und dann eben hier Siberia Carb Super Soft Mono, Alter. Na, wenn das mal... Das klingt ja schon super. Also, Siberia Carb Super Soft Mono Vorfach mit 6,8 Kilo Tragfähigkeit. Reicht also komplett aus. Monophile Nylonschnur. Und da ist hier der Punkt, ihre Elastizität garantiert natürliche Darbietung der Köder. Das heißt, wir wollen, dass die Schnur eben nicht wie normale Fluorocarbon-Schnur relativ steif da im Wasser ist. Super transparent, aber relativ steif da im Wasser rumliegt. Und dann hat man da vielleicht so ein geringeltes Ding in da rumliegen. Beim Auswerfen liegt dann da noch so ein bisschen... Alter, die zwitschern ja mal wieder, ey. So, also da hat man die Schnur da nicht so offensichtlich im Wasser rumliegen. Auch wenn sie transparent ist, sondern eben diese super softe, sie passt sich der Bodenstruktur viel besser an. Das ist ja auch der Grund, warum man beim Karpfenangeln dann ganz gerne mal die geflochtene Schnur nimmt. Die eben auch sich viel besser dem Untergrund anpasst. Und das habe ich jetzt eben hier mit dieser Monoschnur. Die dann zusätzlich auch noch schön transparent ist. Also, das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich zwei Komponenten. Sie ist so weich und flexibel wie eine geflochtene, aber sie ist auch transparent oder transparenter. Vielleicht nicht ganz so transparent wie ein Fluoro, aber doch recht transparent. Und jetzt haben wir quasi zwei und 50 Zentimeter Länge. Auch nochmal ein bisschen länger das Ganze, um hier die maximale, ja, die maximal vorsichtigen Fische vielleicht zu überlisten. Eins hat mich die ganze Zeit gerade schon ein bisschen gefuchst. Und zwar, dass ich nur so steif an einer Stelle bin. Das heißt, ich werfe mal ein bisschen mehr auch hier hin. So ein bisschen mehr variieren. So. Dann haben wir nämlich jetzt gleich so ein bisschen, also eine etwas größere Fläche abgefächert. Das passt sehr gut hier. Immer genauso in diesen Schlitz hier, in diese Kante rein. Zack. Und dann die dritte doch nochmal ein bisschen mehr vor das Schilf. So. Perfekt. Also jetzt hier drei Bereiche. Einmal jetzt hier diese Area. Dann natürlich hier diese Area und die Area direkt vor dem Schilf. Eins, zwei, drei. Gucken wir mal, ob jetzt hier noch in der Nacht ein weiterer Aal reingeht. Ich meine, ein Aal macht noch keinen Spot, absolut richtig. Aber der Spot ist ja auch schon seit ein paar Tagen wieder heiß. Es wurden auch schon wieder Trophies gefangen. Ich liebe euch auch die ganze Zeit damit, ob ich nicht hier vielleicht mal wieder mit der Pose dran gehe. Denn es wurden auch schon wieder einige hier auf Doppelköder gefangen. Also mit Tauwurm und mit Fischwetzen. Gucken wir mal, ob hier noch was reingeht. So. Wir kommen so langsam in die Morgenstunden. Jetzt muss aber so langsam ein bisschen was passieren auch. Also vier Uhr durch, fast fünf Uhr schon. Und es sollte jetzt ein bisschen was gehen. Wettertechnisch ist es eigentlich nicht verkehrt. Wir haben relativ kühles Wetter, also richtig ideal. Kühles Wetter, bisschen Regen, auch eigentlich genau das richtige Wetter. Auch mal eben fürs Aalangeln. Und ja, deswegen kann das gerne mal losgehen jetzt. Was ich gerade auch noch gemacht habe, ich habe mal eine Fudermische reingeschmissen. Mache ich relativ selten, weil es auch so schwierig ist, hier eine vernünftige Aussage zu treffen, ob diese Fudermische wirklich funktioniert oder eben nicht. Weil der Aal einfach so, naja, es ist immer noch sehr random. Man fängt halt mit einer Fudermische nicht schlagartig fünf Aale und ohne Fudermische fängst du nur einen Aal in der Nacht. So eindeutig leider nicht. Wäre schön, wenn, aber leider nein. Die Fudermische ist vielleicht ein bisschen anders als die, die man auch im Discord kennt. Im Discord, da gibt es ja einen ganzen Bereich mit den verschiedenen Fudermischen. Link zum Discord unterm Video. Hier ist jetzt einfach mal Mischfutter. Das gibt es halt vom Bauern am Windenbach. Hühnerei genauso. Dann ist hier Kaviar mit drin. Flusskrebs ist mit drin. Fisch und Fleisch Feed Pellets. Und Tran. Also Fischöl auch noch mit drin. Also das ist schon, ich sage mal, relativ hochwertig das Ganze. Und davon hatte ich jetzt gerade noch mal zehn Bällchen einfach hier mittig reingeworfen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob das noch läuft. Das Ganze war morgens so gegen drei Uhr. Also so eine Stunde vor der heißen Phase. So zwischen drei und vier geht eigentlich noch mal gerne so eine heiße Phase los. Aber im Moment hier absolut gar nichts mehr. Fünf Uhr morgens. Perfektes Wetter. Und der Spot ist tot. Entweder durch die Fudermische komplett alles vernichtet. Das ist halt immer das Risiko. Was macht man mit der Fudermische? Pusht man eine Population nach oben? Oder vernichtet man alles andere? Beziehungsweise genau das, auf das man hier geradeaus ist und was man sucht. Das Risiko ist halt immer wieder da. Da geht doch noch mal was rein. Sechs Uhr morgens. Ah, vielleicht doch eine Quappe oder so. Und, komm ran. Der guten Morgen Schnürsenkel der 655er. Kleine Aal. Einer hatte sich noch erbarmt. Einer hatte noch Bock. Zack. Noch mal wieder raus damit. Vielleicht, vielleicht geht ja noch ein bisschen was in den Morgenstunden. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es halt echt immer Risiko. Geht was oder nicht. Und so ganz gezielt auf dem Aal kann man, wie gesagt, mal machen, wenn so ein Spot mal wieder ein bisschen besser läuft. Das hier soll, wie gesagt, gerade ganz gut gehen. Aber ansonsten würde ich da auch gar nicht so viele Stunden verbringen. Und vor allem nicht, wenn das Wetter gerade hier so warm ist, hier mit 19 Grad oder sowas. Das auf gar keinen Fall. Schlechtwetterphasen. Das soll immer wieder ganz gut funktionieren. So um die 14, 15 Grad herum. Das sind so Tage, das ist, glaube ich, ganz okay. Da kann man das mal testen. Ansonsten einfach auslassen. Es ist einfach super lucky. Sehr, sehr viel mit Glück verbunden, ob das jetzt funktioniert oder eben nicht. Und da vertrödelt man auch einfach wahnsinnig viel Zeit fürs Aalangeln. In der Zeit könnte man am Windenbach wahrscheinlich deutlich mehr Kohle machen. Wir gucken gleich noch mal kurz rein in den Kescher, was das denn so bringt. Ich hoffe allerdings auch noch auf ein paar Schläferngrundeln. Denn die hatte ich jetzt letztens hier an der Stelle auch noch mal als Trophy gefangen. War richtig überrascht. Schläferngrundl Trophy mit 500 Gramm war sie. 35 Silber. 35 Silber. Und ich meine, der Aal hier, der bringt auch 35 Silber. Genau. 1,8er hatte ich auch beim letzten Mal hier angeln schon. Und die Schläferngrundl und der Aal, die hatten, glaube ich, einen ähnlichen Preis. Ganz abgefahren. Da kann man fast eher Schläferngrundl angeln. So, wir haben mittlerweile 8 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen mal eben verkaufen mit Glück. Geht vielleicht einer bis 9 Uhr, 10 Uhr noch rein. Aber so lange warten wir jetzt hier nicht mehr. Das ist, wie gesagt, einfach nur absolute Glückssache. Ich werde bei dem Wetter jetzt gleich aber noch mal auf Amure testen. Die Amure, schwarze Amure, die gehen auch gerne mal rein bei schlechten Wetter. Oh, das sieht aber auch gut aus hier. Schuppenkarpfen, Aarland, weiße Amure, Schleie mit dabei. Schwarze Amure dabei. Da kann man noch einiges hier noch mal probieren. Da geht es gleich direkt nach oben hier auf 21,67 und dann auf Amure. So, was haben wir denn hier? Genau, 36 Silber für den Aal. Und ich glaube, die Schläfergrundl Trophy war bei 35 Silber. Also, kann man mal machen. Aber gezielt sich tagelang hier hinsetzen, würde ich, glaube ich, nicht machen. Dafür ist das deutlich zu wenig für die halbe Stunde jetzt hier. 30 Minuten auf Aal. Kretsching. Ich renne jetzt gleich noch mal wieder zurück. Guck mir das an, was da geht. Und dann tüdel ich mir das ganze Setup wieder um auf Karpfen. Petri Lümmels, versucht euer Glück, aber nicht zu lang. Lasst euch nicht frusten von dem Aal. Absoluter Random Fish. Mit Glück geht er mal rein. Und das Glück muss man halt nicht oft irgendwie immer wieder und immer wieder testen, sondern immer nur dann, wenn die Bedingungen im Idealfall auch noch genau richtig sind fürs AF-Angeln. Sonst macht das einfach keinen Sinn. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Entweder auf YouTube oder auf Twitch. Immer um 19 Uhr. Petri. Dat wenn Leibnisch abiler. Das ist ja mal. Die- Das ist ja mal. Bis zumbutton im Livestream. Da entdeck console. Das ist ja mal比較 egal.